Er ist aus der Krankheit, also auf Berlinisch würde man sagen, kaputt zurückgekommen. Er hatte alles gut überstanden. Er war braun gebrannt, war hager, also hat er abgenommen stark, aber er war irgendwie, also elegisch. Und das hing auch damit zusammen, dass er natürlich in der Zeit der Genesung, also die absolute Zuspitzung des Prozesses, natürlich erlebt hatte oder beobachtet hatte. Und er kam zurück und war enttäuscht. Wandlitz war nur eine Möglichkeit, um andere aufzusuchen, die eventuell ins Auge gefasst wurden, um sie für die Absetzung, also ins Auge zu fassen, also mit ihnen zu reden darüber. Und so ist es ja auch beispielsweise in einem Falle passiert. Ich habe ja Tisch aufgesucht in Wandlitz abends, habe dabei das erste Mal gesehen, also wie so ein Mann wie Tisch untergebracht war in seiner Behausung. Wir wussten ja nichts von ihm, wir haben uns ja nicht gegenseitig besucht. Und ich weiß noch, wie ich Schwer auf eine besondere Weise beeindruckt war von der Tatsache, dass der in den Bücherregalen keine Bücher stehen hatte oder zumindest in einigen Bücherregalen, sondern alle, die waren alle von Biergläsern besetzt. Und ich war darüber also erstaunt, was man also alles sammeln kann und aufstellen kann. Aber es ging bei dieser Begegnung, die ja also unmittelbar vor der Absetzung stattfand, dass wir wussten, er fährt nach Moskau. Also er würde am Montag nach Moskau fahren, am Dienstag hatten wir vorgesehen die Absetzung. Und er sollte unbedingt versuchen, Kontakt zu Gorbatschow zu bekommen und ihn zu benachrichtigen oder zu informieren darüber, dass Honecker also am nächsten Tag in der Politbürositzung seinen Abschied nehmen würde, also inoffiziell. Und dass er, also Gorbatschow, also erstens hoffensichtlich stillbleiben wird und zweitens, und das war unsere größere Hoffnung, dass er besonders beruhigt und beeindruckt sein würde davon, dass das bedeuten würde, wir würden uns, also oder die DDR würde sich sozusagen absolut auf seinen Kurs einstellen. Ja.